Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Entlisted mit mir den Schattenwolf und ja wir haben den Flammenwehrer, den Funker und den Maschinenbewehrschützen wo später den Panzeräger reingeht und ja gehen auch gleich mit dem Funker los und geben unseren Leuten erstmal gleich ein bisschen Abschiedsfeuer weil wir angreifen müssen und für weiteren guten Content lasst gerne ein Like und ein Abo da. Los geht's. So erstmal hier rein, erstmal in die Senke rein. Okay, noch 11 Minuten. So Artillerie wird gelegt. Reiner. Oh Gott von hinten. Ah die Kornate wird Beton wie noch halten, ey. Ah Gott. Naja und mit der Atem sie haben ja auch nichts geschafft. Das ist auch so ein Ding. Genau, stürp ich eigentlich Äh, äh, äh Ah, Gott Verflucht seist du Es kann wieder ewig dauern oder die Fuck uns der Hörner ab Ich will auf das zweite platzieren Wir dürfen pro Ziel, denn wir gewinnen 200 Mal verlieren Wenn wir also nicht in der Zahl von 60 Malen jetzt gleich nochmal aufstocken Vernehmen wir hier gleich sowas von Arsch Alter, komm ja du Alter Du erfahrst mich nicht Ich will nicht mehr Naja Alter, okay, jetzt gebe ich Jetzt gebe ich hier aber die richtige Art der Die Unterstützung, Alter, jetzt lass ich es knallen, jetzt lass ich es knallen, jetzt lass ich es knallen, jetzt lass ich aber sowas von knallen, ey Los, komm, komm, 10 Sekunden Ich rufe die Artillerie Ich rufe die Artillerie Artillerie, Feuer Gut, und ich bumm da gleich mal rein, Alter Weg mit dir, Alter Weg mit dir, Alter Ich rufe die Artillerie Aktive Schlachter in der Nähe los, raus Raus Ein Trupp wartet raus, da ist ein Trupp Ich rufe die Artillerie Wenn ich mir noch bringe Bordet, nr, 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 nr Spot, 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 dot Mein Flammenwerfer blutet oder erhetzt nach Beute. Oh, Abdo! Oh Gott, Hilfe! Neh, man ist gewendt! Mhm, klar. Was ist das denn passiert? Ich kann jetzt Sanitäter gebrauchen, Ronny! Ich bin ja ja, ihr Schweinebacke! Loll! Oh Gott! Ja, geil! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Tschüss! Ich hätte es nicht ausgucken müssen, du! Idiot! Oh Gott! 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 Okay! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, das ist echt ein Ding Sweet. LOL Ich heule gleich Raus aus den Warteschlangen, ich will auch Und kann die Dinger bitte ich mal weiter vorne machen Ja, von hinten Ich schmeiße auch gleich was rüber Hier, wohlbekommen Ah Ich sehe schon so, ich sehe schon gerade so extrem, komm wir verliehen hier Aber zu davon Was trägst du denn da, bist du denn, Funker oder was Erst mal die Nebel werfen So, und jetzt verbinden Oh Gott! Ach du schaffst Los rein aber los Oh nein. Oh Gott. Ich werde gleich noch mal richtig Arterieschlag draufsetzen. Oder nicht. Davor. Ah, sechs Sekunden. Los, drauf da. Was? Einfach ran, geht nicht, das sag ich, hm? 200 Punkte. Oh, das wird so was waren. Ich sag immer noch, Stalingrad hat nix zu suchen in der Normandie. Weg mit dir, Alter. Du auch. Oh. 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 Was ist das? Das war's für heute. Oh, Alter, ist wieder da. So, hin und machen jetzt. Oh, Gott. Komm schon, mach's hin. Ihr habt die Chance, Ongel, ich hab die Chance. Oh, Lusch. Oh, Lusch. Oh, Lusch. Entend, Junge. Wir haben zu viele Volumen zu erledigen. Ja, das wurde nix. Das war auch nix. Naja. Immer noch schön die Kill zu wählen. Naja, das war's mit diesem Video. Lass gerne einen Like und auch da, wenn's euch gefallen hat. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao. Und bis dann. Bis dann. Bis dann.